Ein großer Schock für Jessie J. in ihr Haus in Los Angeles wurde eingebrochen. Die britische Sängerin bemerkte den Einbruch, als sie Anfang dieser Woche nach Hause kam. Die Täter drangen durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ein. Sie stahlen Schmuck im Wert von über 18.000 Euro. Jessie J. ist nicht die einzige Prominente, die kürzlich Opfer von Einbrechern wurde. Auch Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson wurden diesen Sommer ausgeraubt. Ebenso traf es die Schauspielerin Sarah Hyland aus Modern Family. Die Einbrecher schlugen bei allen die Fensterscheiben ein, um in die Villen zu gelangen. Sarah Hyland war zum Zeitpunkt des Einbruchs verreist. Über ihr Sicherheitssystem wurde sie alarmiert. Per Überwachungskamera konnte sie sehen, wie zwei maskierte Männer ihr Haus verließen. Ob die Einbrüche zusammenhängen, ist derzeit nicht bekannt. Jessie J. ist wahrscheinlich erleichtert, dass sie und ihr Baby nicht zu Hause waren. Im Mai letzten Jahres wurde sie Mutter eines kleinen Jungen namens Sky. Vater des Kindes ist ihr Partner, der Basketballprofi Shannon Coleman. Um die Zeit mit ihrem Sohn zu genießen, macht Jessie J. eine Karrierepause. Auf Instagram schrieb sie dazu, Ich erlaube mir, diesen Moment zu genießen und nicht über meine Karriere nachzudenken.